Bhagavad Gita, Vers 3.10 Am Anfang der Schöpfung sandte der Herr aller Geschöpfe Generationen von Menschen und Halbgöttern zusammen mit Opfern für Vishnu aus und segnete sie, indem er sagte, Möget ihr durch diesen Yagya, Opfer, glücklich werden, denn wenn ihr ihn darbringt, wird er euch alle Wünsche erfüllen. Erklärung Die materielle Schöpfung, die vom Herrn aller Geschöpfe, Vishnu, geschaffen wurde, ist eine Möglichkeit, die den bedingten Seelen gegeben wird, zurück nach Hause, zurück zu Gott zu kommen. Alle Lebewesen in der materiellen Schöpfung sind durch die materielle Natur bedingt, weil sie ihre Beziehung zu Krishna, dem höchsten persönlichen Gott, vergessen haben. Die vedischen Prinzipien, die auch in der Bhagavad Gita niedergelegt sind, sollen uns helfen, diese ewige Beziehung zu verstehen. Der Herr sagt, dass es das Ziel der Veden ist, ihn zu verstehen. In den vedischen Hymnen heißt es, Daher ist der höchste persönliche Gott, Vishnu, der Herr über alle Lebewesen. Auch im Srimad Bhagavatam beschreibt Srila Sukadev Goswami den Herrn als Pati. Möge Shri Krishna, der von allen Gottgeweihten verehrt wird, der Beschützer und der Stolz aller Könige, Vyandaka und Vrijni aus der Yadu-Dynastie, der Gemahl aller Glücksgöttinnen, der Herr aller Opfer und daher der Führer aller Lebewesen, der Kontrollierende aller Intelligenz, der Besitzer aller spirituellen und materiellen Planeten und die höchste Inkarnation auf Erden, der Höchste in allen sein, Möge er mir gnädig sein Bhagavatam 2.4.20 Sri Vishnu ist der Brajya-Pati und er ist der Herr über alle lebenden Geschöpfe, alle Welten, alle Herrlichkeiten und der Beschützer eines jeden. Der Herr erschuf die materielle Welt für die bedingten Seelen, damit sie lernen, wie man Yagya, Opfer, für die Zufriedenstellung Vishnus ausführt, sodass sie bequem und ohne Angst leben können, solange sie sich in der materiellen Welt aufhalten. Wenn sie in diesem Bewusstsein den gegenwärtigen materiellen Körper verlassen, können sie in das Königreich Gottes eingehen. Dies sollte das Ziel der bedingten Seelen sein. Durch die Darbringung von Yagya werden die bedingten Seelen allmählich Krishna bewusst und nehmen so in jeder Hinsicht göttliche Eigenschaften an. Für dieses Zeitalter des Kali wird von den vedischen Schriften der Sankirtan-Yagya das Chenten der Namen Gottes empfohlen und Sankirtan-Yagya hat diesen transzentralen Vorgang zur Befreiung aller Menschen in diesem Zeitalter eingeführt. Sankirtan-Yagya und Krishna-Bewusstsein gehören daher zusammen. Sankirtan-Yagya in seiner Inkarnation als Gott geweihter, Sankirtan-Yagya, wird im Srimad Bhagavatam mit einem besonderen Hinweis auf den Sankirtan-Yagya erwähnt. Dort heißt es Krishna-Varnam-Visha-Krishnam-Sangupangashtra-Parshatam-Yagya-Yi-Sankirtana-Brayer-Yagya-Thihi-Sumidha-Saha. Im Zeitalter des Kali werden die Menschen, die genügend Intelligenz besitzen, den Herrn, der von seinen Gefährten begleitet wird, durch die Ausführung des Sankirtan-Yagya verehren. Bhagavatam 11.5.29 Im Zeitalter des Kali ist es sehr schwierig, die anderen Yagyas, die in den Veden vorgeschrieben werden, durchzuführen. Doch der Sankirtan-Yagya ist in jeder Hinsicht einfach und erhaben. Das ist ein Orgelter des Kali und die in den Kali wird das Kali mit der Kali hervetät. Das ist ein Orgelter des Kali und der Saal des Kali kann es auskennen. Vielen Dank.